Yo Leute, weiter geht es mit einer neuen Folge Maddy to the Max und wir müssen heute noch eine letzte kleine Basis einnehmen, denn ich will unbedingt ein Teil daraus, ein Bauteil, denn ich würde ganz gerne hier in der Gegend mir noch die letzte Karosserie holen, damit wir die zumindest mal alle gesehen haben. Und ganz ganz wichtig, Freunde, Moment, Moment, wir gehen erstmal hier auf die Karte, man sieht es schon, hier oben Pink Eye, das ganze Gebiet wurde von mir auf 0% gesenkt, wir haben jetzt hier 2 Gebiete komplett freigekämpft, naja eigentlich 3, das hier drüben ist ja auch bei 0%, hier habe ich auch alles erledigt. Das bedeutet, wir können jetzt den letzten Motor holen, der letzte Motor gehört endlich mir und ja, ich habe hier anscheinend wirklich ein falsches Gitter, keine Ahnung warum, ist irgendwie rausgeflutscht, so, hier sehen wir ihn, 4100 kostet dieses Stück, boom, boah, sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Eine richtig geile Karre habe ich mittlerweile, gut, was haben wir sonst, irgendwas hier, wo ich noch mitnehmen könnte, ja hier drüben war was, aber schlechter, hier gibt es auch noch Sachen, aber schlechter, ich glaube hier hatten wir alles, ja, die Reifen hatten wir auch, die Stacheln hatten wir auch, Werkzeug, 500 hier rein, meinetwegen, leider, leider keine optische Veränderung, hier sind wir beim Maximum, dann hier geht es noch weiter, 500 nochmal hier hin, so, und 100, nur 100, ja, wahres Schnäppchen, gut, dann, wenn wir hier noch Sachen übrig haben, wenn noch was geht, stecken wir es auf jeden Fall hier rein, denn die Fertigkeiten, die sind auch noch nicht voll ausgebaut, also 200 hier hin, dann, was haben wir hier drüben, Umkehr, hier, ja, 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 nehm ich, nehm ich, ich nehm alles mit, denn jetzt habe ich ja wirklich alles, was ich primär haben wollte, da können wir auch hier die letzten Sachen holen, 300, Schilder brechen, das lohnt sich, die sind immer noch relativ zäh, und hier ist er, der ultimative Motor, Nennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennenn Monster. Stopp, Moment. Ich muss irgendwie hier rum. Ein bisschen zu weit. Ein kleines bisschen. Wir müssen hier hin. Und hier müssen wir jede Menge Gegner aus dem Weg räumen. Ich bin richtig stolz. Warte mal hier drüben. Ich würde den hier ganz gerne angeln. Wie komme ich hier hin? Weg ist weg, ne? Ganz nach dem Motto. Lächerlich. Der ist nur stark. Als hätte stark noch eine Chance gegen mich. Ich muss den nur angucken. Ich muss den nur anhupen. Und der fällt um. Gegen meine Höllenmaschine hat niemand mehr eine Chance. Ich bin so stolz. Oh, hier gibt's Bomben. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Minen fällt hier drüben. Alter! Einfach zerrissen. Einfach so. Hatte gar keine Chance. Ich hab nicht mal dran gezogen. Ich bin auf volle Kanne gegen die Wand gefahren und trotzdem. Keine Chance gegen mich. Wieder so ein Canyon. Okay, hier muss ich irgendwie rüber. Erst mal noch den hier wegholen. So. Da drüben sind Flammen und ne dünne Brücke. Irgendeine Idee? Stopp, stopp, stopp. Alles klar. Schauen wir mal. Na, wo führt der hin? Hier rum. Was haben wir hier Schönes? Irgendwie kann ich gar nichts markieren. Doch, hier geht's. Ein Cryer. Ah, hier drüben. Gut versteckt, aber nicht gut genug. Ich will nur meine Scouts. Mehr will ich hier drin gar nicht. Aber ich wette, 32 Krieger, das wird wieder eine größere Geschichte. Die Legion! Sie will vernichtet werden. Na, wer will. Na, wer will. Und jetzt habe ich natürlich keinen Gegner mit Schild. Boom. Direkt alle weggeholt mit einem Schuss. So muss das laufen. Genau so und nicht anders. Messer bin ich voll. Immer finde ich dann Sachen, wenn ich sie gar nicht brauche. Das ist jedes Mal bei mir so. Vollidiot. Einfach nur ein Vollidiot. Wild Boys sind wie Pokémon-Trainer. In jeder Ecke steht einer und will sich mit ihr kämpfen. Oh. Ja. Eine Handvoll Maden hat noch nie geschadet. Kann man mal machen, ne? Vitamine. Proteine. Da ist alles drin. Alles, was groß und stark macht. Och nee, komm. Das ist wieder so eine riesige Basis. Zwei Wege. Shut up! Ey, die drehen durch. Der Typ hier mit seinem kleinen Buttermesser. Ja sicher hat der mir gegeben. Schaut ihn euch an. Der ist ja voll im Rage. Lassen wir hier den Laden aus. Ey, dieser eine Typ. Dieser eine Typ macht mich fertig. Jetzt mach mal einen Punkt. Gut. Sehr gut. Wow! Ich dreh mich um. Zehn Neue sind hier. What the fuck? Diese verdammten Teletappis. Langsam geht mir hier die Munition aus. Hui. Das war eine Ladung, hä? Ganzer Schwall vom Gegner hier. Wow, wow, wow. Alles klar, da drüben müssen wir auch noch hin. Oh, trinken. Trinken ist gut. Können wir sogar wirklich mal brauchen. Einmal voll, bitte. Dankeschön. Einmal Schrott, bitte. Ich hab erst einen Schrott hier gefunden. Okay. Ah, guck mal hier. Da drüben waren wir. So schließt sich das Ganze wieder. Na, das ist gut. Dass es hier einen schönen Übergang gibt. Und ich greif tief rein. In die Kiste. Da drüben beten sie. Party hard. Fucker. Okay. Okay. Ihr seid viele. Okay. Ich brauch unbedingt mehr Munition. Oh, da ist ein Knöppel. Komm, 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 komm. Schlag ihn tot. Gut gemacht. Maddy. Go, Maddy, go. Guter Mann. Das Ding kann man nicht werfen. Sieht aus wie ein Speer und man kann es nicht werfen. Jetzt sehe ich gerade, wir hätten auch den ganzen Laden sprengen können. Wäre netter Bums geworden. Okay, das Abzeichen, wo war das? Wo war das? Ach, hier drüben. Sechs Stück. Oh Gott. Oh Gott. Sechs Stück. Sechs. Oh Gott. Oh, wow. Habe ich eben gerade Bonus bekommen. Was? Ich habe eben gerade sechs Kugeln bekommen. Krass. Hier drüben ist Benzin. Sechs gibt es hier von diesen Abzeichen. Crazy. Großverdiener. Das ist wirklich crazy. Nein, 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 nein. Ich will euch alle sprengen. Ach, komm. So muss das. Mann, der Trommler da oben. Einer ist irgendwo hier noch am Leben. Einer, wirklich einer. Wahrscheinlich so ein Oberboss. So ein riesiger, bulliger Typ. Na gut, erst mal hier was trinken. Und ich wette, den einen finde ich jetzt nicht. Einmal bitte voll machen. Naja, mittlerweile machen wir eh voll. Mit dem 100% Bonus. Überall die doppelte Menge. Da läuft das ganz gut. Oh, oh. Okay, eine Explosion. Shit. Shit. Die Fässer. Aber warte, ich habe noch was gesehen. Keine Panik. Kies mit den Adleraugen. Hat eine Option. Und zwar, hier war doch was, oder? Habe ich nicht irgendwo hier noch einen Kanister gesehen? Oh. Ich könnte schwören, hier war noch einer. Vielleicht ein bisschen weiter unten. Hier drüben. Hier drüben. Ich sag's ja. Adler Auge Kies. Rettetetetetet den Tag. Gut. Was bekommen wir hier? Der letzte Gegner? Oder ein Benzinlager? Nein, nein, nein. Du sollst es nehmen. Du sollst es anzünden. Ja, guter Mann. Und genau hier hinstellen. Nein, nicht runterwerfen. Hinstellen. Anzünden. Und dann. Ja. Oh. Echt jetzt? Ich war direkt bei der Seilwende. No. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Gibt es hier Benzin? Waren wir hier noch nicht? Doch. Habe ich die Tür übersehen? Nö, hier ist Schrott. Okay, hier waren wir noch gar nicht. Bams. Und noch ein Abzeichen. Tja, aber wo ist dieser letzte Gegner, ha? Wo ist er? Mir fehlt schon wieder Benzin. Mein natürlicher Feind, das Benzin. Ich roll dich gleich hier rüber. Ja, komm, komm, komm. Er rollt ein bisschen. Ich glaube, ein Benzinkanister zu finden, geht schneller. Oh, das will nicht. Das war eine nette Idee. Aber die Dinger, schaut euch das an. Wiegt eine Tonne. Das muss nur hier rüber. Das muss nur hier rüber, Bro. Fass, Bro. Ne, das da rüber zu lenken dauert wahrscheinlich. Oh, 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 oh. Fass, Fußball. Von der Seite geht es irgendwie schneller als... ...von vorne. Jetzt will ich's, jetzt will ich's, jetzt will ich das hinkriegen. Ich hab's geschafft. Bitte funktionier. Ich bin ein Genie. Kann man nicht anders sagen. Fucking Genie. Immer in den Räumen, in die ich rein muss, ist dann auch Benzin. Welche Ironie. Und wo geht es hier hin? Okay, noch ne Leiter nach oben. Echt jetzt? Der Letzte ist so ein Typ, der da oben steht und die ganze Zeit wartet, dass irgendwas passiert. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, der Letzte wäre wirklich ein dicker. Ich bin ganz, ganz feste Dolle davon ausgegangen, dass wir hier noch einen Brecher als Gegner haben. Ach, jetzt komm ich hier wieder zurück. Ja gut, hauen wir den hier weg. Also dafür, dass der Laden hier so fucking groß ist, ist hier ziemlich wenig los. Wir hatten kleinere Läden, wo mehr Gegner drin waren. Ei! Ei! Und tot. Der Blutfleck Canyon! Gut. Und hier bin ich wieder. So, ich hab ein Teil mehr. Jetzt machen wir mal hier die Schnellreise hin. Denn ich muss schauen, wo ist das letzte Teil. Denn sobald ich dieses Teil habe, weiß ich auch, wo die Karosserie ist. Und die würde ich halt ganz gerne jetzt in dieser Folge holen, abschließen und dann in der nächsten Folge beenden wir Mad Max. So ist der Plan. Ist ein guter Plan, oder? Kann sich sehen lassen, ich weiß. Ich weiß. Danke, danke. Danke für euer Lob. Dankeschön. Ähm, die Crew. Die fucking Crew. Wo ist die denn? War die oben? War die unten? Ich verlaufe mich jedes Mal hier in diesen Basen. Also. Da hinten. Ich glaub, die ist da hinten. Wo finde ich das letzte Teil? Hier. Natürlich. Wieder eine Basis. Natürlich. Kann ich direkt nochmal hier Schnellreise machen. Es ist wieder eine Drecksbasis. Mann. Kommt schon, Leute. Das kann doch nicht so schwierig sein. Die verdammte Crew zusammenzubauen. Na gut. Holen wir sie uns. Die Basis. Ich bin fett. Ich bin stark. Ich bin jung. Ich bin gut aussehend. Ganz in der Nähe. Und wir können ja mal ein bisschen noch mit der Variante rumheizen. Vielleicht sieht sie geiler aus. Jetzt, wo ich die ganzen Upgrades hab. Nein, nein, nein. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Der sieht geil aus. Der sieht richtig geil aus, finde ich. Wollte den hier. Schlange. Die Klapperschlange. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie werde ich nicht so wirklich warm mit dem Design. Ist nicht so meins. Also im Vergleich zu den anderen sieht das hier wirklich am langweiligsten aus. Ganz und gar nicht mein Stil. Gut, sind wir schon hier. Ist das hier der Laden, wo ich hin will? Naja, wirklich weit war es ja nicht. Müsste sein, oder? Ja, ich glaube hier bin ich. Hier waren wir schon. Okay. Hier waren wir schon. Ich war hier schon. Aber nicht drin, oder was? Komisch. Merkwürdig. Na gut, hier drüben ist eine Karre mit Schrott. Kann man sich mal merken. Warte mal, war das diese merkwürdige Basis, wo ich keine Ahnung hatte, wie man reinkommt? Nee. Nee, die scheint... eindeutig zu sein. Ja, dann kannst du gleich hinterher. Wenn du dich auf harten Jungen machst, darfst du auch so behandelt werden. So. Kletter-Time. Ich mach alles mit der Shotgun. Mittlerweile bin ich ziemlich faul geworden. Ich regel alles mit der Shotgun. Was müssen wir hier eigentlich machen? Eine Pumpe. Okay. Okay. Ich will eigentlich nur mein Bauteil. Die anderen Sachen interessieren mich jetzt gar nicht mehr so sehr, weil... Ich alles hab, was ich will. Moin, moin, moin. Irgendwas los hier? Irgendjemand, der kämpfen will? Was haben die hier? Rattenfarm? Die werden gemolken und dann gegessen. Nicht schön. Schmeckt sehr pikant. Au! Ihr Wechser. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Haben wir hier irgendwas, das wir werfen können? Wir sollten mal den Schreier wegholen. Tja, du bist vielleicht ziemlich baff. Aber nicht baff genug. Man muss schon mehr buff sein, um mich zu besiegen. Halt's Maul. Oh, 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 oh. Eben gerade haben wir diese neue Funktion gesehen. Das würde ich ganz gerne mal machen, aber die anderen... Gehen wir auf den Piss. Alter, da dreht er durch. Da, dreht er durch. Maddy. Ganz ruhig, Maddy, ganz ruhig. Oh, wie die Waffe wegfliegt. Nice. Noch bin ich wütend, mein Sohn. Noch bin ich wütend. Und ich werde immer wütender. Was willst du? Was willst du, ha? Gut. Mein Bauteil hätte ich ganz gerne. Uno. Dos. Tres. Adios. Ich glaube, das wird nix. Das wird nix. Ich muss näher ran. Oh, warte mal. Hier geht's noch. Ah, Moment. Fünf. Piensch. Hier geht's wahrscheinlich zurück. Aber wo ist mein Bauteil? Deswegen bin ich doch hier. Nur wegen meinem Bauteil. Naja. Sprengen wir den Laden. 61%. Wird wahrscheinlich irgendwo hier sein. Aber, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Die letzte finale Folge von Maddy zu der Max. Seid gespannt. Schaltet ein. Gebt ihr hier noch eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss.